herzlich willkommen zurück zu farcry 3 beim letzten mal habe ich ja einen kleinen plan dargelegt den ich machen wollte hier 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 und ich habe aber hier aufgehört bin jetzt aber komischerweise hier rausgekommen also aber nicht so schlimm schlafen wir uns das auch noch und fahren mal dahin das war glaube ich so eine was war das und der ja genau ich muss irgendjemanden mörderisieren jetzt will erstmal hier die richtung und grüne pflanzen auch sehr gut ja genau deswegen so wer kommt jetzt da rote sind feinde niemand braucht feinde grünes zeug grünes zeug hier ist noch grünes zeug braucht man dringend so und ich glaube ich auch irgendwann in einer der letzten folgen ein wenig über das sichtfeld aufgeregt ich habe das jetzt mal auf 100 grad hochgedreht also das field of view nur das haben echt nötig so und ja super da können wir noch fleißig welche machen sehr schön jetzt aber rein hier machen wir uns mal auf unsere mission müssen wir mal wieder ein ganz heimlich messer stechern gottchen was ist das denn für eine spaßige musik hier so ganz schönes stück zu fahren das war es auch eigentlich vom letzten startpunkt aus das ist hier und schnell raus so wie entschießen die jetzt noch wo kommen da ein paar freunde so wäre es jetzt ja eigentlich das ziel hoffentlich machen die mir das jetzt kaputt der da hinten sonne so ist jetzt hier noch einer oh scheiße hat doch nichts doch keine oh scheiße hat geklappt super so das war ein wenig unorthodox aber was soll's ne der erfolg gibt mir recht don't get away this time meine güte da habe ich aber was ganz schönes gestattet hier ich will mir ja noch mal schnell wenn ich schon da bin das war wieder unnötig kompliziert gelaufen ein paar so grüne dinger schnappen nein habe ich schon einen größeren Rucksack und jetzt ist er schon wieder voll so so einfach geht das Niedel extrem was das hört sich irgendwie eher an wie so ein Drogendeal oder so das will ich nicht als Errungenschaft ja ist ja gut ich habe es verstanden jo Freunde so nachdem das jetzt erledigt ist wir sind hier ich wollte hier hin als nächstes die Docks auseinander nehmen so fahre ich da am besten hin naja tut 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 tut… hm kommen die vielleicht mit wäre ja witzig servus ich ignoriere euch einfach mal Wo ist denn das? Wo muss ich denn da hin? Ich f- ach, ich fahr komplett in die falsche Richtung. Ich blinze, ey. Fahr ich immer noch in die falsche Richtung? Du, 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 jawohl. Oh, Mann. Ne, da war ich schon richtig. Hey. Ach, das Ding, was da auf der Gerade blinkt, das- ach. Nein, hier bin ich schon richtig. Das war die Hauptaufgabe. So, ich muss jetzt dann, glaube ich, langsam mal vorsichtig machen, ne? Ein wenig unorthodox geparkt. Aber nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir mal, was hier unten los ist. Meine Sniper habe ich ja leider nicht mehr. Seit dieser... Ja, ja, ist ja gut. Ich dachte, ich habe das ausgeschalten, ey. Seit der Aktion mit dem... Na, mit diesen wilden Hunden da. Da habe ich ja die Pumpe gekriegt und die habe ich jetzt einstecken, anstatt mal eine Sniper. Oh, die haben auch Hunde. Gar nicht gut. Kannst du vergessen, dass du dich hier anschleichst, du Sau. Oh, ich soll es vielleicht irgendwann mal wirklich... Leise versuchen. Oh, sag mal. Hab dich. Au. Woher kommt das denn her? Oh, shit. Oh, mein Hund ist, ey. So. Was, nein? Auch keine Munition mehr. Ach, du liebe Güte. Könnte das denn passieren? Moment. Ist ja fast so, als würde ich hier gar keine Munition aufnehmen. Ich meine, hier liegen ja nur Leute mit Waffen rum, oder? Da hier, da liegt, da ist eine Waffe. Ach, na, also, geh doch. So. Da unten war einer. Aha. 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 Scheiße. Ich drück doch. Ich ruf auch. Oh. Meine Güte, ey. Ich soll es wirklich mal mit Schleichen probieren. Ja. So, warte mal. Jetzt kann ich hier auch... Vögel. Ah, ihr seid es nicht. Alles klar. Äh, was ich jetzt hier machen kann, ist nämlich endlich mal verkaufen. So, da gibt es wieder Aufgaben. Die werden erstmal schön ignoriert. So, ja, was ist... Was, sieben Stück nur? Habe ich so viel Papierkram einsch... Äh, Blatt, Blatt, Blattkram, Papierkram. Und es ist grünes Zeugs, das hebe ich mir auf, auf jeden Fall. Was soll ich denn hier noch so? Irgendwelche Skins. Ich muss hier doch mal gucken. Specials. Wie ist es mit Specials? Ein Bogen. Könnte ich eigentlich mal ausrichten, oder? Äh, aus... Wie ist das? Ausrüsten. Hier. Ähm. Anstatt der Pumpe... Machen wir es mal so. Genau. Genau, da brauchen wir noch Pfeile dazu. Sehr schön. Poker-Game. Aha. Fetzig, fetzig. So, warte mal. Ich kann ja jetzt was... Moment. Für den Bogen. Was brauche ich denn dafür? Ein Tapir. Ein Tapir. Ein Tapir. Warte mal. Munitionen. Da habe ich nur so ein... Bär. Auch mal kein Wunder, dass ich nichts tragen kann. Ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Jagd-Session machen. So. Okay, was haben wir hier noch zu finden? Hier gibt es Schätze abzustauben. Nummer 1. Hier gibt es auch viele Boote. Cool. Ja, ein bisschen Boot fahren gehen irgendwann. Zack. Das haben wir auch. Ja, Leute. Ich glaube, ich muss mal... in der Ausgabe. Aber dein Arbeit ist nicht fertig. Check out the Bulletin-Boote. Von dir lasse ich mir nichts sagen. Ähm... Blue Chest. Ne, warte mal. Dann schnappe ich mir ein Boot. Und dann fahren wir mal zu diesem Tempel. Das will ich ja tun. Also, Tempel. Kann ich euch irgendwie rauslassen oder so? Ne. Schießen will ich das Tier jetzt ja auch nicht. Servus. Ach, komm, rein mit dir. Nicht so weit. Jetzt will ich es benutzen. Papier. Papier, du Schiff. Oh ja. Ist das jetzt schon hier? Ach, das ist jetzt schon hier. Der Tempel. Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Keine Ahnung. War ich hier vielleicht schon mal? Irgendwo bin ich schon mal in eine Ruine reingestiegen. Doch, das kommt mir doch sehr verdächtig vor hier. Äh, nicht verdächtig. Bekannt, meine ich. Ah! Ich dachte schon hier. Was ist denn jetzt hier für ein Kult unterwegs? Aber man, der Mann ist dieses Relikt. Ah, cool, cool. Ne, dann war ich hier vielleicht doch noch nicht. Ernsthaft jetzt? Das hält mich jetzt auf? Komm jetzt dahinter. Ähm. So ein Ding habe ich noch nie benutzt. Wird es mal Zeit. Hat funktioniert. Cool. War zwar nicht gut für die Gesundheit. Wow. Aber macht nix. Bisschen grünen Tee und dann passt das wieder. Das ist schon wieder voll. Sag mal. Das kann doch nicht angehen. Dann machen wir hier vielleicht noch ein paar so komische Dinger. Wobei, die will ich eigentlich nicht machen. Das kann ich jetzt wieder nicht machen, weil ich wieder... Oh, Mann. Kein Platz im Rucksack habe. Ey. Zack. Ey, was der sich reinjagt. So. Wieso kann ich... Hä? Bin ich jetzt doof, oder was? Kann ich nicht basteln, aber ich habe doch alles. Verstehe ich nicht. Dann komme ich auch nicht weiter. Was brauche ich denn hier? Hornhide. Boah. Was auch immer. Größerer Rucksack. Was brauche ich denn da? Dingo. Vier Dingoes. Und ein Schweinchen. Dingoes und Schweinchen. Ja, schaut mir so aus, als würde ich jetzt jagen, hä? Wo muss ich denn da hin am besten? Äh. Jetzt habe ich nicht genau aufgepasst. Aber du bist ein Tapir. Dich brauche ich auch irgendwie. Hier ist eine Hunter Quest. Was bist du tagging the past. Da können wir wegen pokern. Das habe ich auch noch nie gemacht. Fly. Komm, geh mal pokern. Wir hören mit der Spaßmaschine. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich sagte vorsichtig. Mit Vorsicht habe ich es nicht so. Ganz offensichtlich. Moment. Ja, ich weiß. Der Rucksack ist voll. Ist mir jetzt wurscht. Oh, ich bin mal ein Novize. Weil ich bin ein Novize. Jetzt bin ich mal gespannt. So, wie geht das jetzt? Äh, Left Shift Help. Aha. Die Musik macht mich verrückt. Am cool. Hey, nicht so schnell. Pfff. Na. Ich drück doch. Was muss ich jetzt tun? Achso. Ach, da oben steht es doch schon. Ähm. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich muss erst mal schnallen, was ich hier machen muss. Ich kenne. Ich kenne. Ich kenne. Ich kenne. Oh. Cool. Ähm. Ich habe keine Ahnung, weil das ist, das... Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich verliere uns einfach wie die Sau. Und aus dem will ich hier raus. Die Musik nervt. Checking. Oh, check. Ich sitze hier jetzt. Mann. Okay, warte mal. Der passt dahin? Der passt dahin. So, also, oder was? Ja, von mir aus. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Weg. Komm, sorry, Jungs, aber... Ja. Ich muss hier raus. Ey, das macht mich verrückt. Das komische Gedudel da. Okay, jetzt haben wir mal gepokert. Super. Ohne, dass ich so wirklich wusste, wie es funktioniert, erst einmal. So, hier ist noch eine Kiste. Na gut, jetzt muss ich mir einen neuen Plan überlegen. Jetzt gehe ich erst mal hierhin, um wieder den Schmarrn zu verkaufen. Dumm, 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 dumm. Was kommt? Fünf Stück. Das ist nicht wirklich viel, hätte ich mal gesagt. Äh, ach, Kiste. Hehe. So, was ist jetzt hier in der Nähe? Was machen wir mal? Da, 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 da. Da habe ich auch schon ein Lager. Das ist ja cool. Gibt es denn hier, du bist kein Schwein, irgendwas, was, du, da, da ist ein Schwein. Da komme ich aber auf die Schnelle nicht hin. Das ist doof. Müsste ich jetzt hinfahren, habe jetzt gar keine Lust dazu. Das Ding wollte ich mal einnehmen, da brauche ich dann so ein, so ein Schiff oder sowas. Das kann ich mir dann vielleicht hier irgendwie holen. Oder ich schwimme rüber. Ähm, ansonsten, ach mal, hier ist Schwein. Jo. Ja, ich will nämlich hier zur falschen Tür raus. So, Moment, ich habe mir ja in der Zwischenzeit mal einen Wegpunkt setzen können, ich Elch. So, da muss ich hin. Hallo, grüß euch. So, willst du nicht irgendwann mal... Geht doch. Ich dachte schon, die ganze Zeit jetzt hier. Aber nein. Der greift schon zur Waffe. So, warte mal, Schweine, 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 ne? Das mache ich jetzt mal noch schnell. So viel Zeit muss sein. Ah, hier ist der Weg. Aber ich will ja eigentlich gar nicht ganz da hoch. Ach, hier kommt Blatt weg. Weg. Achso, das ist das Ding, was da knarzt. Ich habe schon gedacht, was macht denn hier so für Geräusche? Vor allem, was macht denn hier so für Geräusche, ne? Deutsch nicht einfach, ich weiß. Wie weit ist denn das noch? Die vielleicht doch ein Auto nehmen sollen. Jetzt laufe ich aus Prinzip. Da. Die habe ich erwischt, die Sau. Sehr gut. Was ist jetzt hier schon wieder los? Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, was hier los ist. So, ich kann jetzt hier irgendwas bauen wieder. Hunde-Dings. Brauche ich noch einen. So, okay, Leute. Damit höre ich jetzt auf. Ich denke, ich werde jetzt mal hier so ein bisschen alleine noch jagen gehen, um noch ein paar so Sachen hier zu bauen. Das ist ja echt ein Witz, was ich da hier einstecken kann. Das ist ja quasi gar nichts. Da brauche ich noch ein bisschen was. Ein paar Dingos. Ich hole mal jetzt ein paar Dingos. Leute, danke schön fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, was wir machen. Vielleicht nehmen wir noch irgendeine Basis ein oder so. Werden wir schon sehen. Also, bis dahin. Tschö, mitte. 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 Vielen Dank.